Ja hallo, hier ist der Michael vom Kanal IWI77E. Ich habe entdeckt, dass es Strahlen an der Schnellladestelle neue Schnellladesäulen gibt und die werde ich euch mal zeigen. Bleibt dran! So, ich bin jetzt in Strahlen an der Wankummer Straße 11 an der Schnelltankstelle. Und hier gibt es zwei schöne Schnellladesäulen von Shell Research. Ihr könnt ja auch nach dem Laden euer Auto noch aussaugen oder vielleicht auch noch durch die Waschanlage fahren. Das war's für dieses kurze Video. Hat es euch gefallen, diese Schnellladestation hier am Niederrhein kennenzulernen, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Seid ihr noch kein Abonnent, denkt an den Abo-Button und wollt ihr nichts verpassen, drückt die Glocke. Tschüss! 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 Tschüss!